Das ist betonfrittiert, in der Fritteuse, in einer der Fritteuse. Es ist nicht nur Beton, sondern Silizium-Sand drinnen. Der ist an die Oberfläche, weil Silizium-Sand ist ja ein Datenheit. Es ist genauso warm, wie die Flüssigkeit in der Flasche. Silizium-Temperatur. Dabei schaut es sehr gut aus. Es ist viel heilig. Voll heilig. Es täuscht.